Beweglichkeit muss ich auch ein bisschen höher skillen, glaube ich. So. Ja, 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 ich verstehe. Und jetzt gehen wir runter. Tja, das ist ja nur die beiden Seiten und dann unten noch in der Mitte einmal ein bisschen was, oder? Hier. Ich dachte, hier wäre nichts mehr. Ja, überall liegen die Bröckchen noch rum. Hier war ich doch drin, da ist doch nichts mehr. Flansch überall. What? Kann man das kaputt hauen? Nee, kann man nicht. Gut. Moving parts can pack a pinch. Keep your finger out. Good safe jobs. Protect workers now. Genau. Hm, ein paar Rüstungsstationen. Bla, was ist hier hinten? Eine geheime Geheimnische. Wer baut denn sowas eigentlich? Und das war's? Kann man da durchkriechen? Nee. Aber da kann man hoch. Und da ist, äh... Komm, warum komme ich nicht durch hier? Muss ich da durchkommen? Ja. Hier ist noch jemand. Kronkorken. Patrone. Gesprungene Glasschale. Red. Hier steht der Outfit. Sportkleidung. Na, toll. Ein Outfit. Ah, schmeiß ich wieder weg. So. Ich hab doch noch was gehört. Irgendwo muss noch jemand sein. La, 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 la. Hier hoch. Mal kurz nachladen. Dann muss doch hier... Paranoid, da ist nichts. Ja, ich werd auch paranoid. Da ist irgendwo was, was ich aber nicht sehen kann. Wo bist du? Ach so. Stimmt, hier ging's noch weiter. Weiter ging's hier noch. Da ist ein Tor. Alter Autoreifen. Na, wunderbar. Äh, Armaturenbrett. Netzrelais-Spule. Was heißt denn das? Warum ist da so ein Anguckzeichen dabei? Nein, das versteh ich nicht ganz. Ah, hier mal ein Terminal. Gucken wir mal, was es zu lesen gibt. Jetzt hab ich schon lange nichts mehr gelesen. Karawane. Haben heute eine weitere Karawane überfallen. Tja, das ist schon die dritte in einem Monat. Und Freddy hat uns zusätzlich die gute Nachricht überbracht, dass noch eine Karawane in unsere Richtung unterwegs ist. Er sagte, er hätte ein paar Wachen gesehen, aber ansonsten hauptsächlich Zivilisten. Da ist sogar seine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht und eine Scherzkeks mit einem Cowboyhut. Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall bitten. Diese verdammte Hut gehört mir. Interessant. Und Datenbanknetzwerk offline. Datenbanknetzwerk offline. Zugriff auf Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Dann können wir aber hier ein Holoband laden. Mal gucken, was passiert. Du laden das Holoband. Atomic Command. Hey Schatz. Ach so. Okay, ich dachte, vielleicht ist das ein Video, aber ist es nicht. Dann gehen wir da wieder raus. Jetzt können wir nämlich auch... Oh, was ist das? Körb im Kosmos. Aha. Ich dachte, wir könnten ein Video angucken. So viele Dinger, die ich hier... Ah, ich muss was wegschmeißen. Schade. 300 Schaden für eine Kronkorkenmine. Sieht geil aus. Da war doch irgendwas. Taktisch schwer Impro. 14 Schaden. Impro. Pistole. Taktisch schwer. 34 Schaden für eine Kronkorkenmine. 34 Schaden für eine Kronkorkenmine. 34 Schaden für eine Kronkorkenmine. Eigentlich nicht so wirklich irgendwas Gutes. Impro-Automatik-Pistole. Ganz ehrlich, das können wir wegschmeißen. Das ist Schrott. Die 10 Millimeter können wir eigentlich auch bis auf eine hier wegschmeißen. Knarren gibt es im Überfluss in diesem Spiel. Da liegen... Ja. Sicherheitstor entsperren. Abgeschlossen. Zu schwer. Oh. Wäre so viel geiles Zeug drin. So viel geiles Zeug. Guckt euch das an. Wahrscheinlich nur Schrott, aber egal. Nun gut. Gucken wir mal hier rein. Ich glaube, da muss noch irgendwo was sein. So sehen wir übrigens gerade aus. Schon ganz schön. Ne? Hier. Kann sich sehen lassen. Mit Gasflasche auf Rücken und vor allem so 1000 Schläuche, die total zusammengewurstelt irgendwo. Gar keinen Sinn ergeben. Hey, Skeletti, das fröhliche Skelett. Skelett. Nuka-Cola-Schrank oder was ist das? Leer, leer, leer. Holzlöffel, Glühbchen, ne? Was bedeutet eigentlich, das ist mal wieder Frage an euch, was bedeutet dieses Lupensymbol, wenn das bei irgendwelchen Teilen dabei steht? Was bedeutet das? Oh Gott, ist das hier groß. Das gefällt mir nicht, das ist zu groß. Nicht, 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 nicht. Wir sind ein Faktor. Wir sind ein Faktor. Ja. Teebeere. Das, äh. Aha. Was, wie Kram, ne? Ich will nicht wissen. Doch, ich würde schon. Oh, Kamera. Würde gern wissen, wie viele Items, ja? Ja, also wirklich, wie viele bewegliche Items, die eingebaut haben. Mit Bayonet. Aha. Wieder was Neues. Sackputze, ja. Sack, Sackputze, Sackkapuze. Wie viele Items, die hier eingebaut haben. Guckt euch schon, allein dieser Raum hat wahrscheinlich tausend Teile oder so. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Fancy, let's gucken. Mhm. Oh, jetzt habe ich hier aber ordentliche Ruckler gehabt gerade. Mhm. Schande über mich. Alter, was ist mit euch los? Seid ihr verrückt? Diese Affen, Alter. Geh mir auf den Sack, ey. Das will mich noch verfolgen, diese Dinge. Hm, lecker Klo. Mhm. Jam, jam, jam. Plümpel, Pümpel. So. Schade. Keine Cola. What? Hab ich schon wieder was verpasst? Sehr merkwürdig. Okay, dann geht's runter. Da geht's, glaub ich, glaub ich, auch noch. Hoch. Oh. Nun, ne, 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 nicht nach unten, ist okay. Nein, 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 danke. Nein, ich geh, geh zu Fuß. Gefällt mir ganz gut, so. Es geht hoch, es geht runter. Krass. Also, ja. Gar nicht übertrieben. Einfach mal so eine Riesenstation hier zu bauen. Direkt als erste Mission. Aha. Nach oben. Nach oben. Ja, wir fahren jetzt rund. Hauptfließband. Aha. Die haben es jetzt hier gemütlich gemacht. Gut, das heißt, das war eine Autofertigungsanlage. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Raus will ich gar nicht. Shit. Das ist doch abartig. Guck dir das doch an. Wie die das sofort merken, wenn ich hier bin. Ich glaube, da draußen ist wer. Nee. Gar nicht. Genau. Terminal entsperren. Was? Ah, hier. Gucken wir mal. Willkommen. Passwort erforderlich. Nein, Hacken. Oh mein Gott. Das habe ich ja schon vermisst. Gut. Suchen wir mal. Text. Treffer. Einer. Zwei T's. Gut. Mit X gibt es nichts mehr. Hier Ox. Ox brauche ich zum Beispiel. Doch, muss ich auch probieren, weil es einen Treffer gibt. Aber wenn da hier. Null. Okay. Das heißt T. T. E. T. E. Hates. Null. Das heißt. Es war das X. Oder gibt es was mit X? Block. Le. Hells. Viper. Looks. Find. Track. Texts war ein Treffer. Und Hates hat T. E. S. Und war Null Treffer. Das heißt bei T. E. T. E. T. T. S. T. E. T. Dann ist das X auf jeden Fall der Treffer. Beim dritten. Und es muss ein Wort geben mit X an dritter Stelle. Halt. Muss ich nur finden. Hopes. Mind. Mit Jublar. Meet. Harsch. Under. Ja, das muss so sein, oder? Ich habe ich das falsch verstanden. Text hat eine. Da ist nur ein X Text. Ist alles eigentlich, hat es außer. Neff. Also Hates hat alle Buchstaben wie Texts. Und bei Texts habe ich ein Treffer. T. E. T. E. T. S. T. E. Das heißt X. X ist der einzige, der unterschiedlich ist. Und das müsste eigentlich der Treffer sein. nur sehe ich da kein zweites Wort mit X. Meats, Macho, Minds, Hates, Hopes, Love, Gangs, Lux, Viper, Hells, Later, Blocks, Cards, Trek, Finds. Sperre einleiten. Töke ich nicht. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich, so wie ich das gemacht habe, ganz richtig gewesen. Ja, nur mal gerade hier trinken nebenbei. Und wieder hinsetzen, während die Zeit zum Hecken vergeht. Gut. Twix. Shiny, Heavy. Twix hat zwei Treffer. Okay. S. Das kann es nicht sein. Twix. Nein, das kann es auch nicht sein. Image. Image. Auch nicht. Shiny. Auch nicht. List. List. Auch nicht. Heavy. Tres. Tres. Kann es sein. Ebenfalls zwei Treffer, das ist schon mal gut. Das heißt S und I. S und I. S und I. Twix. Watch. Swords. Suits. Schönen. Ja, ich habe es ja verstanden, wie es funktioniert. Man muss aber echt nachdenken. Produktionssteuerung. Standardproduktionssteuerinterface 2.4. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Status-Einheiten laden inaktiv verbunden. Eine Einheit mit diesem Terminal. Einheit aktivieren. Zugriff auf Kapsel. Einheit wird initialisiert. Zugewiesene Subroutinen werden geladen. Und bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Aha. Das sieht cool aus. Weiß ich aber nicht, was das machen jetzt machen soll. Persönlichkeitsmodus wählen. Standard, U-Bahn, Begleitung, Rechtsvollzug, Feuerwehr, Erste Hilfe, Konstruktion. Rechtsvollzug. Jetzt haben wir das Ding aktiviert. Jetzt weiß ich aber nicht. Keine Ahnung, was das macht. Achtung, Bürger. Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Uh, nice. Das Ding hat das... Ah. Das heißt, der hilft zu uns. Ja, der ist gut. Ich schütze und diene. Das ist schön, wenn du schützt und dienst. Da müssen wir uns selber nicht schützen und dienen. Oh, das macht ja geil. Da hätten wir eigentlich anfangen sollen. Wie? Was? Da lebt noch einmal. Da lebt immer noch jemand. Ich dachte, ich habe alle Raider getötet. Ah, das ist die Kanonensteuerung da oben. Boah. Nein, lass mich in Ruhe. Aua. Aua. Verdammt. Das war irgendwie unnötig. Ich muss näher heran. Damit ich die krieg. Oh, scheiße. Oh, scheiße Granate. Oh, fuck. Ich habe wunderbaren Spaß. Alles explodiert. Scheiße. Fuck. ist das hoffentlich. Wo ist der kleine Wichser hin? Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Hä? Ja, das glaube ich. Weil ich bin, äh, der unglaubliche Typ hier. Was, 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 wo, wo, wo? Nein. Scheiße, der ist jetzt böse. Du Arschloch. Du bist jetzt böse. Scheiße. Scheiße. Treff den halt nicht. Kannst du vergessen. Wow. Shit. Shit. Warum ist denn der böse geworden jetzt? Den, 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 ich dachte, der hilft uns. Der war ja plötzlich ganz ganz böse. Oh, wir haben dem gar nichts gemacht. Auf einmal war der böse. Habe ich noch Granate? Ah, nice. Ich habe den weggepumpt mit einer Granate. Ja, ja, mir geht gut. So. Was, noch ein? Noch ein Geschütze, oder was? Äh, Terminalgrafikkarte, Stahl. Ja, nimm mal mit. Scheiß, Dreck hier. Blöder Scheißdreck. Los. Kopf. Hin den Kopf mit dir. Los, latschen, schneller nach. Na, endlich. Mhm. Das gefällt mir gut. Dann gehen wir mal hier hin. Holen uns die Patronen. Das Ding schießt einfach mal gerade da durch. Kalibrierte Impro-Pistole. Warum war ich nicht? So. Wahrscheinlich explodiert jetzt gleich alles hier. Shit, Alter. Was mach ich hier eigentlich? Was mach ich hier eigentlich? Scheiß, ich wollte doch... Ah, das ist ja... Oh, schade über mich. Oh, nein. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionsgeschwindigkeit. Oh, ich habe überhaupt keine Reaktionsgeschwindigkeit. Ich bin einfach nur dumm. Ich springe die ganze Zeit hier wie so ein verrückter durch die Gegend, hä? Nice. Nice shot. Dann war echt schön getroffen. Können wir da rüber laufen? Oh, fuck. Das war es nicht ganz. So. Joha. Wir sind hier drüben. Noch eine Terminalgrafikkarte und eine Vakuumröhre. Was diese Lupen-Symbole bedeuten, würde ich echt gerne wissen. Schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ach, das... Oh, nee. Ich weiß. Ich glaube, ich weiß es. Ah, ich glaube, ich bin leider selber drauf gekommen. Okay, ich vermute mal eine Äußerung. Und zwar haben wir ja gesucht. Wir suchen Kupfer. Und ich glaube, dass da Kupfer drin ist in den Dingern. Wo dieses Ding dabei ist. Leichtbau links. Das ist ein bisschen übertrieben. Das halt jeder... Ah. Hä? Da lebt immer noch jemand. Die Mission haben wir schon. Groknack der Baba. Nett. Nett. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen darf. Oh, ja. Okay. Ist wirklich nett. Ja, ja. Terminal. Charit's Terminal. Sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Crystal entweder die letzten Ghoul erledigt haben oder gerade jemandem als Mahlzeit dienen. Jemandem als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt abgesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Überfragt Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Chat geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sie als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Subjekte. Es sind nicht die Camps. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie ein Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch kein Erfolg. Aber das Gerücht über kostenlose Chems hat so viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung vor Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidungen, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht vorgesagt sie eine weitere Dosis Psycho-neue Vision bei ihr. Sie ist hier. Grizzle sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete, drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Grizzly losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen. Aber natürlich, schließlich hat sie das alles kommen sehen. Scheinwerfersteuerung. Turmsteuerung. Licht anschalten. Systemdiagnose. Drei Scheinwerfer verknüpft. Fehler, Fehler. Keine Eindringen entdeckt. Ja. Turmsteuerung. Admin Raider. Bitte seien sie vorsichtig. Gehen sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Deaktivieren über ihr Verteidigungssystem. Die Geschütztürme sollten ausschließlich von ausgebildeten Personen genutzt werden. Nutzerbefehle sind auf Deaktivierung, Deaktivierung, der mit diesem Terminal verbundenen Geschütztürme beschränkt. Für alle anderen Funktionen wenden sie sich bitte an einen lizenzierten Techniker. Jedlich ihr Manipulation führt zum Erlöschen der Garantie und bewirkt eine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Hersteller im Fall von Verletzungen und oder Tod von Nutzern oder Passanten. Also nicht schon wieder auf mich schießen. Ich bin doch gerade hier erst hingegangen. Du musstest unbedingt den Helden spielen, was? Willst du ein Spielchen mit mir spielen, was? Ich weiß nicht, wo du bist. Da hinten. Oh, jetzt regnet es und jetzt klatt der Regen gegen mein Fenster. Äh, warum zappelt denn der eigentlich noch? Corvega-Safe-Schlüssel. Corvega-Safe-Schlüssel. Oh, könnt ihr das eigentlich hören, dass hier der Regen? What? Wo? Ach, da hinten. Ding. Jetzt ist es aber wirklich mal gut. Ich will doch nur plündern. Ich bin doch einer von euch. Ich will doch nur plündern. Rauben und Brandschatzen. Ja, komm schon. Na, ich wusste, dass ich hier raufkomme. Ich bin gut. Aber hier ist leider nichts. Hier drüben. Ups. Auch nicht. Ich dachte, ich wäre zu cool und habe hier voll das Secret Top Space Mega Event gefunden. Aber naja, es ist halt wohl eher irgendwie das Gegenteil. Aber jetzt... Ist hier... Gucken wir mal. Jetzt haben wir die Mission eigentlich... Berichte den Siedlern bei Tapp ins Bluff von deinem Erfolg. Okay. Wir haben die erste Mission einigermaßen fertig. Das ist echt krass. Wahrscheinlich habe ich drei Millionen Dinger übersehen hier drin. Das sagt ja keiner, dass das das letzte Mal ist, dass wir hier waren. Gehen wir einfach mal raus. Würde ich sagen. Gehen wir einfach mal raus. Dann können wir uns draußen noch umgucken vielleicht. Nicht? Ah, dieser Regen, ne? Boah, 2.25 Uhr schon. Ich muss auch noch die Folgen rendern. Sonst habt ihr morgen keine Folge. Heute. Heute keine Folge. Oh, naja. Ich werde die Mission vielleicht noch abgeben und dann mache ich Schluss. Okay, ich verspreche es. Oh. Das Commonwealth ist ohnehin ein gefährlicher Ort. Doch je weiter man nach Süden reist, umso gefährlicher wird es. Aha. Jetzt sind wir hier irgendwo. In einem kleinen Lagerfertigungskette. Hier kann man also nicht rein. Das wäre ja auch zu einfach. Da kommt man da raus. Ja, das erinnert mich auch total an Skyrim. Weil auch da war immer dieser Ausgang irgendwie blockiert. Da konntest du nicht rein. Und dann musste es eben da durch. Und dann war, ja, konntest du halt einen Riegel wegschieben und dann rein. Kann man jetzt eigentlich schnell reisen. Jetzt sind wir ja hier in der Fertigungsanlage abgeschlossen. Lexington ist da. Wir müssen aber nach Tappins Bluff. Da können wir schnell reisen und das machen wir. Blutkäfer saugen ihren Opfern nicht nur das Blut aus, sondern schießen auch häufig damit auf sie, was zu verzerrter Sicht führt. Ih. Sieht nicht gut aus, das Viech. Ekelig. Ekelig, sag ich noch. Oh. Ach, hier ist der Hund. Naja. Das ist ja toll. Ich habe mich schon gefreut, dass der weg wäre. Okay. Ja, ja. Hallo, äh, Bürger von Katarn. Ich, äh, habe gemacht, was du wolltest. Entschuldigung. Hast du die Raider gefunden? Das habe ich, das habe ich. In den Arsch getreten. Ja, ich habe ihn für euch in den Arsch getreten. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten. Und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Scheint wirklich was zu werden. Ach, Tato sind Tomaten. Tato-Pflanzen. Ah, nee. Ih, was ist das denn? Also, Tato-Tato-Ding sind Tato-Halten und, ne, Tato-Tato-Halt. Tja, hier Schüsse. Boah, er sieht aber trotzdem, ne? Das war die erste Mission. Und, äh, ich glaube, wir haben mindestens 70 Menschen gekillt. Raider. Wieso kann ich die nicht erschießen? Ach so, ein Munition fehlt? Ja, komm, dann tötet der Hund eben. Meine Güte, der war doch nur Kakerlaken. Jetzt stelle ich doch nicht an hier wie so eine verwöhnte kleine Göre. Aber bitte, Hund, lass mich in Ruhe. Das kann ich jetzt überhaupt nicht ab, wenn du jetzt auch noch hier rumrennst. Ich verstehe halt nicht. Es sind 200 Jahre vergangen. Und die Menschen, die jetzt hier sind, also die zwei, das ist Tappens Bluffy oder wird, das ist einfach nur eine Hütte, die halb kaputt ist und die ist eine Hütte, die zu 99% kaputt ist. Aber das muss doch, man kann doch in einem Jahr, einen Monat oder so schon eigentlich eine neue Hütte bauen, die dreimal besser aussieht und wie ein normales Haus. Da verstehe ich nicht, was in diesem, hier das Problem ist, dass man hier nicht einfach was Schönes hinbauen kann. Ich meine, klar soll das Ganze hier so zerstört aussehen, aber der wohnt da drin, ganz ehrlich. Da baue ich mir doch aus dem Streichholz ein schöneres Haus. Hammer Werkzeug und so Zeug hat man. Da nimmt man die Nägel aus den Brettern raus, macht sich ein neues Haus, ganz einfach. Was ist denn mit den Leuten los? Naja, egal. Ich setze mich hier auf den Pott und gucke in die Sonne. Das ist immer toll. In die Sonne gucken. Okay, hiermit werde ich mal wieder für diese Folge oder diese Aufnahme auf Wiedersehen sagen. Es war schön, dass ihr dabei wart. Es war nicht so spannend. Ich glaube, ich bin zwei Stunden einfach nur durch diese Lagerhalle gelaufen. Und ihr könnt mir ja vielleicht sagen, ja, mach ein bisschen schneller, mach ein bisschen langsamer, was fast, glaube ich, nicht mehr möglich ist. Oder mach einfach weiter, wie du meinst. Ich finde es echt geil und ja, ich werde es einfach so, also ich mag das Tempo, was ich jetzt habe, so vielleicht ja ein bisschen schneller, aber man muss sich auch nur reingewöhnen. Und ich habe wieder eine Woche oder so nicht gespielt. Wenn ich da ein bisschen schneller drin bin, dann kann ich schon rumballern und weiß, okay, das ist jetzt nichts Interessantes. Aber momentan muss man noch alles angucken und deswegen dauert es ein bisschen länger, verzeiht mir da. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es dann zum, ich weiß gar nicht, wir haben gar keine Mission, aber dann einfach wieder einschalten. Dann gucken wir, was es Neues gibt in Sanctuary. Ne, sind wir vorbei. In Fallout 4, in der Welt von Fallout 4. Weiß gar nicht, wie die heißt. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.